Musik 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 Erst wenn das richtig gut klappt, könnt ihr mal versuchen, die Tür zu schließen. Erst nur für ein paar Sekunden und dann für eine Minute, zwei Minuten, aber wirklich nicht lange. Und wenn das richtig gut klappt, am besten auch ohne Futter, dann könnt ihr versuchen, die Vögel ganz vorsichtig ein bisschen durch den Raum zu tragen. Musik Wie gesagt, nur wenn das ganz gut klappt. Auch ohne Futter am besten, denn wenn ihr zum Tierabst geht, solltet ihr dem Vogel kein Futter da sehen. Musik Ich hoffe, ihr konntet das gut verstehen und Connor hängt wie eine Fledermaus da. Musik Und falls ihr noch Fragen habt oder Hilfe braucht, schreibt es mir einfach in die Kommentare, stellt sie mir. Ich kann auch ein ausführlicheres Video drehen, wo ich das ganz, ganz genau zeige. Es ist halt ein bisschen schwer, da meine wirklich keine Angst mehr haben. Also ich kann hier zumachen oder auflassen. Das juckt die nicht wirklich. Und ich nehme ihnen jetzt mal die hier weg. Denn wenn ihr so viel davon esst, werdet ihr dick. Nein. Da, 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 da. Geht da rein. So. Da unten sind jetzt nämlich noch genug Körner. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht Abonnent seid oder Lust auf weitere Videos mit uns habt. Und ja, tschüss. Tschüss.